Herzlich Willkommen, meine lieben Zweitaktfreunde hier beim Schrauberkönig in Solingen in seiner Werkstatt am Rednerpult. Ich muss kurz die Werbung einblenden, weil jetzt fallen wieder Begriffe, die rechtlich geschützt sind und ich möchte keinen Ärger haben. Heute geht es um das Thema Vergaserdüsen und nochmal die Abstimmung vom Vergaser. Freunde, ein ganz wichtiges Thema, liken, abonnieren, kommentieren, Glocke drücken, damit ihr kein Video verpasst. Ich habe jetzt länger nichts reingesetzt an Videos und ja, jetzt geht es weiter. So, ich mache die Werbung weg. Wenn ihr Eingriffe in den Motor macht, das heißt, ihr verändert den Zylinder, ihr verändert den Luftfilter, ihr verändert den Auspuff. Das bringt immer eine Anpassung der Hauptdüse mit sich. Und gegebenenfalls noch die Leerlaufdüse. Das werde ich aber in einem separaten Video behandeln. So, Freunde, ja. Also, wie gesagt, ihr macht einen 70 Kubikzylinder drauf. Das heißt gleich, auf jeden Fall die Vergaserdüse anzupassen auf den Zylinder. Viele sagen ja, zwischen 8 und 15 Prozent die Hauptdüse vergrößern. Das ist alles richtig. Ja, ich mache das immer so, ich fange sehr, sehr, sehr groß an mit der Düse. Ja, wenn ich euch sage, dass ich auf einem 17,5 Millimeter Vergaser eine 95er Hauptdüse fahre, glaubt mir das sowieso kein Mensch. Ja, und ich glaube, die ist sogar noch eine Nummer zu klein. Ich muss dazu sagen, geendeter Luftfilter, geendeter Zylinder, geendeter Auspuff. Ja, und da ich mich ja von den Düsenherstellern nicht übers Ohr hauen lassen will, ich vertraue niemals einer Größenangabe auf der Düse. Ja, das ist immer so eine Geschichte, die einen zu einem Motorschaden zwingen könnte. Ich suche gerade was Passendes raus, was man gut sehen kann, wo das ziemlich groß eingestanzt ist. Wir nehmen jetzt als Beispiel, hier steht 88 drauf. Ja, ist wieder ein blödes Maß, aber die Düsen kommen von Too Extreme. Da gibt es so einen ganzen Satz, da sind 25 Düsen drin, ich glaube für 12 oder 15 Euro. Fragt mich nicht. Wenn ich die Düse jetzt einschraube, die ich meine, die zu meinem Setup passt, vertraue ich der Größe, die auf der Düse draufsteht, nicht. Es gibt so eine Düsenlehre zu kaufen, da sind so Messdorne dran. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Damit könnt ihr in der Düse sondieren und schauen, ob das auch wirklich die Größe ist, die draufsteht. Ja, die fängt jetzt hier an, ab, wartet, lasst mich nicht hier lügen, 0,45 Millimeter bis anderthalb Millimeter. Ja, ist allerdings immer in Fünfer-Schritten. Das ist ein Problem, was anderes habe ich aber auch noch nicht gefunden. Und so eine Düsenlehre habe ich heute Morgen geguckt, kostet knapp 9 Euro plus Versand. Ja, das ist kein Geld, um einen Motorschaden zu vermeiden. Versteht mich nicht falsch. So, und dann geht ihr hin. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier nur Zwischengrößen, das ist natürlich schade. Zum Beispiel, ich suche mal eine, die, hier, zum Beispiel, eine 85er Hauptdüse für einen Dell-Orto-Vergaser. So, das wollen wir nachgucken, ob das stimmt. Ach, die 85er habe ich hier, ne, 60. Da ist der Messdorne. So. 85. Ja, das muss jetzt hier saugend reingehen. Das tut es auch. Die Düse wackelt nicht. Ja, die Düse ist eher nach meinem Messdorn vielleicht noch ein bisschen zu klein. Weil die geht sehr stramm drauf. Seht ihr, und das ist schon das Problem, was ich sehe. Ja, also stimmt nicht ganz. Es kann sein, dass es nur eine 84er Düse ist. Hier, seht ihr, die geht nicht ganz rein. Vielleicht ist da ein Grad drin in der Düse. So, wenn man ein bisschen mit Gewalt drangeht, geht es. Aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, versteht ihr das, diese Thematik, die ich euch versuche zu erklären? Bitte beherzig das. Und ich kann euch auch sagen, wie ich meine Düsen berechne. Ja, es gibt ja den Delorto 17,5 Millimeter Vergaser, den es zu kaufen gibt. Ähm, der ist mit, ich glaube mit einer 65er Hauptdüse kommt der, ja. Der läuft auf einem Svera, ähm, NSL 80, also 80 Kubik. Aber, da ist am Luftfilter nichts gemacht worden, etc. pp. Dann kann das hinhauen. Ja, wie gesagt, wenn ihr dem Vergaser mehr Luft zuführt, müsst ihr automatisch die Hauptdüse anpassen. Wenn ich euch sage, ich habe hier, ähm, ich mache ja noch mit Käfermotoren, ich habe hier ein ganzes Düsen-Set, äh, von fast 200 Düsen für Weber Vergaser und Solex Vergaser. Ja, diese Motoren fahre ich dann mit Lambda-Tool ab, um zu gucken, im Volllastbereich, wie fett laufen die. Bei den Zweitakter ist das Problem, da könnt ihr die Sonde einfach nicht einbauen, ins Rohr, weil die Querschnitte halt zu klein sind. Da müsst ihr irgendwas hinten drauf klemmen, auf das, äh, Abgasröhrchen hinten, aber dann verfälscht das wieder. Ja, und ein, äh, guter Motor unter Volllast sollte so Lambda 085 abgestimmt sein. Ja, also der läuft überfettet. Überfettet heißt, bessere innere Kühlung, der verbrennt nicht so heiß. Lambda 1, ja, sind 14,7, was war das jetzt, Teile Luft und ein Teil Benzin, ja, den Rest könnt ihr euch ja selber runterrechnen. Ja, Freunde, das war's hier von mir aus der Werkstatt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, fragt, also ich berechte das immer so, ich nehme den Vergaser-Durchmesser, ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Luftfilter aufhabe, habe einen anderen Zylinder drauf, habe einen anderen Auspuff drauf, mache ich den Vergaser-Durchmesser mal Faktor 5,3 bis 5,5. Ja, Faktor 5,3 bis 5,5. So, und eigentlich seid ihr damit auf der sicheren Seite. Wenn er damit nicht läuft, wenn ihr das Gas aufmacht, ist es zu fett, dann macht er und sprotzt hinten so rum aus dem Auspuff. Dann fangt ihr an, 0,05 kleiner zu gehen, jedes Mal, bis er einigermaßen läuft und dann könnt ihr eine Testfahrt machen. So, das war jetzt von hier, also Faktor 5,3 bis 5,5 mal Größe vom Vergaser, ja, danke fürs Zuschauen, tschüss.